Das ist Orsen Wels. Acht Wochen alter Beedit Kollirüde. Ein ganz lieber, auch ein sehr schöner, auch wenn er uns jetzt nur den Popo zeigt. Orsen, Orsen. Oh ja, natürlich sieht er den Tunnel. Das ist das favorisierte Spielzeug, was die im Moment haben. Der ist jetzt gerade gewaschen und liegt das zu trocknen. Das ist Orsen Wels, ein acht Wochen altes, eine sehr schöne Rui, die noch beschikbar ist. Die kann auch sehr gerne für Tentoonstellungen. Das ist eine sehr liebe, keine dominante Rui, eine zachte. Und ich finde ihn sehr, sehr schön. Das ist echt ein Schatz, wo man sehr viel mit kann knüffeln und die das sehr schön alles findet und keine schwierige Gast. Orsen, ja. Orsen, ja, ja. Das ist natürlich sehr fremd, allein, ohne Brüder und Zussen in der großen Welt. Ja, Orsen, Dilli. Tschüss!